Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Quarry aufbauen Teil 2. Ja, ähm, ich baue die zweite Quarry noch schnell auf. Höpp, so, dat verbinden. Oh nein! Müssen Sie mich verarschen? Äh, äh, boah wie scheiße, ey. Jetzt muss ich wirklich hierhin nochmal dat nochmal verbinden oder was? Und dann wieder hier rüber dat verbinden, toll. Wenn ich nicht das Jetpack hätte, dann hätte ich das jetzt alles laufen müssen, dann hätte ich mich mega angepisst. Ach, weil hier dat noch zwischen ist, okay. Dann machen wir den hier weg und machen den halt hier hin. So, fliegen wir nochmal geschwind hier rüber und schalten den nochmal an, alter, ey. So, dann geschwind hier rüber. Ist eigentlich der Gleiter schneller als der Forward Thrust von dem Ding hier? Boah, gehst du mir um den Sack, ey. Wieso macht der denn jetzt das Ding hier auch wieder weg? Mir wird verarschen. So, jetzt sind sie alle rot. Und wenn ich jetzt auf den drauf drücke und da passiert nichts, dann werde ich extrem angepisst, Junge. Boah, ey. Jetzt muss ich wirklich den hier neu setzen. Dann nochmal da hinten hin, nochmal hier hin. Also die Quarries, ne, dat ist auch eine Sache für sich so. Du störst. Und wieso verbindet der sich jetzt nicht hier mit? Das verschrafe ich, das traf ich einfach nicht. So. Kann ich jetzt hier nochmal klicken? Ne. Also muss ich jetzt anscheinend an dem hier klicken. Hm. Das ist ja dienstälteste Posten hier, ne? So, dankeschön. Und ich werde jetzt hier direkt eine Quarry aufstellen, damit hier nichts mehr in die Hose gehen kann. So, äh, Quarry. Weißt du? Das verstehe ich nicht. Ja. Outside of Chunk-Loading Bounds. Was soll mir das sagen? Kann ich die gleich wieder abbauen? So, mache ich die halt nicht so groß. Mache ich sie halt nur so. Du Opferding, ey. Ach, der ist ein Enderman. Ne, den will ich nicht angucken. Der haut mich dann. So, komm her. Scheißding, ey. Jetzt klappt das aber hoffentlich, ne? Also da, mit sowas ist manchmal sehr merkwürdig. Jetzt muss ich wirklich zu dem hier wieder hin. Warum geht das nicht einfach so? Ich gleich stelle dich einfach vier Pfosten, dann funktioniert das zumindest. So. Ich gucke dich nicht an, lieber Enderman. So, das hat funktioniert. Okay. Dann kann ich ja jetzt hier direkt hinfliegen. So, zwei daneben. Zack. Äh. Gucken wir doch mal, wie weit das hier geht. Versuchen wir nochmal eine längere da zu platzieren. Nicht? Oder eine größere, eher gesagt. So. Da noch einer hin. Okay, das ist verbunden. Das sieht gut aus. Und wenn jetzt noch die Corridor stehen bleibt und ich mir nicht alles um die Ohren fliege, dann bin ich zufrieden. So. Dankeschön. Das war sehr, sehr nice von dir. Toll. Ähm. So, die Harden Energy Conduits packen wir mal hier hin. So. Mach ich statt. So und so, ne? Jetzt ist das Setup schon mal fertig. Und jetzt brauche ich noch ein Diapipe, um hier schon mal ein paar Sachen auszusortieren. Ne? Ähm. So, Diapipe ist bestimmt noch hier drin. Diamond Ding. Ja, guck mal. Voll viel. So. Äh. Dahin muss ich. Höp. Hätte ich jetzt erst direkt da in den Flur binden sollen. Das wäre schlauer gewesen. Äh. So. Die Diadinger setze ich einfach mal hier drauf. Ne. Ich mache erst mal so. Zack. Zack. Hier dann ein Diateil hin. Hier hin. Und in Gelb und in Grün. Oh. Ne. So wollte ich das nicht. Und in Gelb und in Grün darf nur so weit hier. Dann müsste der eigentlich rauspumpen. Aber es läuft trotzdem noch hier rüber. So quasi. Okay. Hier stelle ich dann jetzt gleich mal die ganzen Kisten auf. So. Oh. Kann man ja auch so machen irgendwie, ne? Kann man eigentlich hinstellen, wie man will. Das ist total Latte. So. So ist zwar nicht so effektiv vom Platz sparen her. Aber ist ja egal. Man hat es ja. Und die Rohre kann man ja auch wieder verwenden, ne? Und da kann man ja ordentlich Kisten platzieren auch. So. Und es ärgert mich echt, dass der Tesseract nicht funktioniert. Und ich weiß auch nicht, wirklich nicht, warum der beim Peter funktioniert hat. Und bei mir nicht. Weil bei mir hat es ja dimensionsübergreifend nicht funktioniert. Ne? Also das ist sehr schlecht für mich. Okay. Ähm. Das können wir so lassen. Okay. Da muss ich jetzt noch Enderperlen holen. Da muss ich mir beim Peter mal ein paar klauen. Der hat ja diesen awesome Ender, äh, Spawner da. Der hat glaube ich 1000 Milliarden Enderperlen. Äh. Enderperls. So. Machen wir erstmal zweimal vier rein. Dann lädt das schon lange genug, ne? Also da müsste dann schon gut was zusammenkommen. So. Okay. Dann mal ab dafür. So. Das hält dann anderthalb Stunden. Das ist doch gar nicht so langsam. Ne? Aber ich glaube, ich hole einfach noch ein paar mehr. Ich mache mir noch zwei Endergeneratoren. Und klemm die da auch noch dran. Jetzt, wo ich sie im System habe und nur einen Knopf drücken muss. Ne? Haha. So. Machen wir nochmal zwei. Aber ich kann nur einen machen. Okay. Warum? Wo was fehlt? Eye of Ender fehlt. Okay. Wie macht man das hier nochmal? Ah. Blaze Powder. Blaze Powder. Habe ich sogar. Guck mal. Ich habe auch noch voll viele Blaze Rods. Ähm. Dann mache ich dafür doch am besten mal ein Rezept einfach. Äh. Was war das? Blaze Powder. Ne? Ne. Quatsch. Was wollte ich denn bauen? Genau. Ich wollte noch hier, äh. Eye of Ender. Encode. So. Ähm. Eye of Ender. Schmeiße ich einfach mal mit hier vorne rein. Jetzt müsste er ja eigentlich eins machen. Und noch einen Endergenerator für mich verfügbar haben. Ja. Sehr schön. So. So. Ich meine. Ich würde das ja machen mit dem Tesseract wie der Peter, dass der Strom hier rüber geht. Aber wie gesagt. Ne. Irgendwie. Und mein Tesseract ist weg. Also. Wer auch immer den weggenommen hat. Ich will mein Tesseract wieder. Ne. Wird voll nice. Ist. So. Ähm. Den da hin. Da einen hin. Und hier einen hin. Und hier vier Enderperlen rein. Und hier vier Enderperlen rein. Und jetzt müsste er doch gut abgehen. Da seht ihr. Guck mal. Jetzt geht voll ab hier. Und ich mach das mal so. Nicht, dass hier einer mehr von denen zieht. Als der andere. Nur weil dann schon weiter ist. Irgendwie. Oder so. Ne. Ähm. Und wo ist jetzt dieses Kabel hin? Das will ich haben. So. Die Energy Condo sind teuer. Ja. Jetzt müssen die eigentlich ungefähr beide gleich schnell sein. Ne. Guck mal. Jetzt baut er mir schön Glas ab gleich. Oder? Jetzt. Ja. Jetzt macht er gerade die Glasschicht auf. Äh. Die Glas. Die Eisschicht auf. Genauso wie er hier. Ja. Er ist auch schon richtig gut bei der Sache. Und. Ähm. Dann kann ich das ja eigentlich hier. Mich. Ich mich. Kann ich mich nach Hause verziehen. Ne. Ähm. Und ich guck aber trotzdem jetzt nochmal. Was. Äh. Denn ein. Ein Tesseract alles bedarf. Ja. Tesseract. So. Tesseract Frame Full. Tesseract. Tesseract Frame. Dafür brauche ich erstmal. Blast Glas. Also Harden Glas macht man im Induction Smelter. Und Blast Glas macht man im Puls Jet Furnace. Alles klar. Ähm. Harden Glas. Induction Smelter. Den brauche ich dann. Also brauche ich dann Obsidian Dust. Den kann ich schon mal anheizen. Ne. So machen wir es nicht. Wir nehmen einfach ein halbes Stack. Mach der Mace Rater das denn? Ja. Aber es dauert lange. So. Obsidian Dust. Und was was noch? Ähm. 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 Ja gut. Blei. Und den Induction Smelter. Ne. Induction. Induction Smelter. Ach. Das ist ja easy going. Äh. Da brauche ich ja nur so machen. Hier. Zack. Encode. Fertig. Ähm. Was haben wir hier noch so an Geräten? Sind hier irgendwelche Geräte? Das ist noch ein Tisch. Hier sind keine Geräte außer Solar Dinger. Okay. Das schmeiße ich einfach mal hier so mit rein. Das ist so ein bisschen die Richtung Standard. Okay. Dann kann ich ja jetzt den Smelter. Ach loh. Ich habe sogar den Induction Smelter. Krass. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ähm. Ich hänge ihn einfach mal hier mit dran. Da kann ich dann gleich Lead. So. Lead Inget. Zusammen mit dem pulverisierten Obsidian. Boah. Zwei Stück habe ich erst. Äh. Wie war das? So und so. Wie war das? Ähm. Wie hieß das noch? Äh. Blast Glas oder so. Ne. Hier Blast. Ne. Blast Glas hieß nicht. Das hieß Hardened Glas. Hardened. So. Hardened Glas. Ach so. Acht Stück und Lead. Okay. Heftig. Ähm. Habe ich den Mace Rater hier gebaut? Ja. Ich mache mir mal schnell noch einen. Na gleich ist er fertig. Der macht so ein bisschen Machine Block. Aber es könnte sein, dass irgendwas fehlt. Hat er gemacht. Mace Rater. Boah. Äh. Dann brauche ich noch ein Kabel. Nehme ich das hier. Das installierte Tin Cable. Hier schlagen wir ein Loch in der Wand. So. Das machen wir hier. So. Das Kabel hin. Nehme. Ah. Okay. Hat er gemacht. Habe ich irgendwie gar nicht gesehen gerade. Lol. Ähm. So. Das Ding hier rein. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Obsidian raus. Und dann kann er mal doppelt so schnell gehen hier. So. Vier. Zwei brauche ich auf jeden Fall noch. Boah. Das ist aber auch bitter ey. Wie viel man dafür braucht. Krass eigentlich ne. So. Der ist gleich fertig. Und der auch. Dann habe ich schon wieder zwei. Mach hinne. Mace Rater. Aber hier kann man noch die Upgrades rein tun. Ne. Oder. Wie hießen die nochmal. Ähm. Overclocker. Dinger da das. So. Overclocker. Wie baue ich die denn. Coolen Cells. Aus. Ja. Wasserflaschen ging das auch. Ne. Habe ich gerade gesehen. Ach. Aber egal. Ich lasse das erstmal so. So. Guck mal. Da habe ich schon wieder zwei Stück drin. Hier auch. Hier sind Endermen in der Nähe. So. Fängt er jetzt an. Jetzt fängt er an. Und dann geht es sogar relativ zügig. So. Hier ist so eine blöde Fliege drin. Guck mal. Dann habe ich zwei. Hade mit Glas. Alter ey. Ähm. Tesseract. So. Tesser. Okay. Da ist der Tesseract Frame. Dazu brauche ich gar nicht so viel. Ach so. Enderium. Das war ja das was so schlimm war. Ne. Enderium Blend ist Pulverized Tin. Das ist immer das gleiche hier. Das ist alles Tin. Und das ist Shiny Metal oder Platinum. Habe ich davon denn was? Ah. Shiny Metal habe ich. Platinum habe ich nicht. Okay. Gut. Ähm. Dann werde ich mal hier rüber gehen und ein bisschen die Enderium Produktion automatisieren. So. Den Enderium Blend. Den würde ich nämlich. Ach guck mal. Da ist noch ein Resonant Ender Bucket auch noch drin. Krass ey. Okay. Äh. Tindust. Brauche ich. Mhm. Den mache ich dann nochmal direkt. So. Boah. Zwei Stück hat ja auch wieder nur geschafft. Schmeiße ich mal hier rein. Okay. Also das wird alles noch ein bisschen dauern. Ich lasse das mal hier. Äh. Den schmeißen wir hier rein. Jetzt ist auch gerade kein Strom da. Ne. Wegen Nacht wieder und so. Ich lege mich dazu mal ins Bett. Rubbel die Katz. Rein damit. Ne. So. Dankeschön. Jetzt müssen auch meine Pulverizer wieder gehen hier. Äh. Meine Maceratoren. Ne. Ähm. Und das Enderium. Wie war es noch? So. Das war jetzt. Shiny Metal. Pure Tin Dust. Und Resonant Ender Bucket. Ach Leute. Guck mal. Ich habe sogar noch voll viele hier. Das ist schon mal gut. Weil wenn. Dann mache ich auch direkt ein paar mehr. Ne. Ähm. Und dann könnte ich eigentlich schon mal die Rezepte hier einspeichern. So. Das ist Enderium. Das ist das Ding. Ähm. Hardened Glass brauche ich nicht rein machen. Enderium. Das Enderium Blend würde ich gerne rein machen. So. Pulverized Shiny Metal. Pure Tinders. Tinders. Pure Tinders. Hm. Tinders. Und Pure Tinders. Ich nehme jetzt einfach den hier raus. Der hier drin ist. So. Weil das habe ich dann ja anscheinend. Ne. Und mache dann daraus mal vor Enderium Blend. So. Ähm. Ist hier noch eine ganze freie Nö. Aber hier mache ich jetzt erstmal alles was in Pulverform ist hin. So. So. Den Enderium Blend den kann ich jetzt herstellen. Aber nur wenn ich das pulverisierte Zinn gleich habe. Und das pulverisierte Shiny Metal. So. Das schmeißen wir mal hier rein. Dann kriegen wir nochmal zwei Glas. Dann habe ich schon mal genug für eins. Zumindest. So. Das hätten wir. Ähm. Dann gucken wir doch mal hier. Ähm. Wie long das noch am Dorn ist hier. Äh. Ach so. Genau. Und das Shiny Metal. Das muss ich ja auch noch durchbraten hier. Ähm. Dann nehme ich mal das hier raus. So. Zack. Das nimmt er nicht. Das nimmt jetzt nur der Pulverizer oder was wahrscheinlich. Ne. War so klar. Hoffentlich macht er dir jetzt nicht Scheiße draus. Weil das wird ja alles direkt, äh, importiert hier, ne? Wo ist das jetzt hin? Ah, da kommt nüt. Alles klar. Hab schon gedacht, es wäre weg. Hä? Der muss doch da sein, der Dust. Wieso ist hier der andere Dust da? Und wieso ist hier der Enderium Blend nicht drin? Flüssigstest Energium Dust. Hab ich den grad nicht reingelegt? Ah ja, hier. Ne, doch. Hab ich doch. Enderium Blend. Drei Tinders. Ein Pulverized Shiny Metal. Und ein Resonant Ender Bucket. Hä? Wo ist das denn hingegangen? Das verstehe ich nicht. Weil irgendwo muss es ja hin sein. Jetzt hab ich nix mehr? Oder stimmt hier irgendwas nicht? Da gibt's ja wohl nicht. Hä? Ähm, Pulverized. Schauen wir mal so. Oh, da ist es doch. Danke. Okay, ähm... Das Zinn schmeißen wir mal rein. Das schmeißen wir mal rein. Das schmeißen wir mal rein. Das schmeißen wir alles rein. Das Harden Glas schmeißen wir mal rein. Und dann machen wir doch mal einen Frame. Gucken, ob der das craften kann jetzt. Okay, einen haben wir. So. Ähm... Usage. Das kann ich jetzt füllen mit Resonant Ender. Fruit Transposer. Hier ist Wasser drin. Hier ist Glowstone drin. Fuck it. Ähm... Mal eben gucken. Was brauche ich denn für diese Tanks? Oh. Diese Tanks. Tank. Für diese ganz normalen Tanks, die Standard Tanks. Ach, guck mal. Da baue ich mir in der nächsten Folge welche von, ne? Und wie gesagt, nächste Folge seht ihr das. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. ぶー無 uster im lorsque 1021-162-161-162 god 5-222-162-162 äb tus uh い べ